Was tue ich hier? Ich muss doch nicht da... Oh, Entschuldigung. Puh, jetzt bin ich aufgewärmt. Das ist gut. So, warte mal. Ja, ja, ist ja gut. Wie kommen wir am besten? Wir gehen mal da lang. Dann da. Oh, ja. Das müsste es doch jetzt sein, oder? Brauche ich nicht. Oh. Okay. Oh. Das ist vorlich eigentlich. Oh ja. So. So. Super. Ich glaube, ich sollte sie vielleicht mal leveln. Langsam habe ich den Bogen raus. Darauf sollte ich wohl nicht stolz sein. Mhm. 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 Da ist noch... Oh, das ist in der Nähe von... Jetzt gucken wir mal, ob wir das ohne Bastian kriegen. Wer hat da... Also ihr, Entschuldigung. Ich habe euch nicht gesehen. So. Jetzt... Miri. Da. Planänderung? Ja. Ja. Da. Nehmen wir die. Auf jeden Fall. Warum nicht? Na super. So. Übersicht. Mhm. Ja. Ähm. Achso, hier. Fähigkeiten. Was ist das denn? Mhm. Ich glaube, der Pfeil ist gut. Ja. Okay. Nein. Was wollten wir hier? Habe ich? Was ist das denn? Mhm. Mhm. Nehmen wir doch das da. Gut. Das brauche ich nicht. Das ist nicht so toll. So. Gut. Super. Äh. 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 Das müssen wir irgendwie da hin. Äh. Den fahren wir nicht. Wir. Da hin. Wir laufen. Wir laufen. Wir laufen zurück. We- Oh man. Wir laufen hier. Wir laufen selbstverletzend. auch jetzt ich kämpfe erst so viel seit ich kenne genau stimmt ja jetzt gucken wir mal ob wir das hinkriegen wir wollen uns an den kradis ja Ja, sag mal. Oh. Hoffentlich finden wir heute etwas Interessantes. Mhm. Mhm. Ja, ja, klar. Schon komisch, dass wir wieder von überirdischen Träumern umgeben sind. Hat ihr der Hürde der Tabaka geholfen hat? Das war ich. Und der bin ich immer noch. Ich habe mich nur fangen lassen, um zu belauschen, was die überirdischen Träumer planen. Eins habe ich dabei erfahren. Hier geht es um viel mehr als nur ein paar gestohlene Relikte. Aha. Es gab hier ein paar ausgesprochen mächtige Relikte. Uralte Beschwörungskästen. Anscheinend haben die überirdischen Träumer gelernt, wie man diese Geräte aktiviert. Und sie planen damit, schreckliche Kreaturen zu beschwören. Können wir sie aufhalten? Könnt ihr. Die Träumer werden uns nicht einfach in ihr Lager marschieren lassen. Und ich tauge nicht viel in einem Kampf. Aber überlasst die anderen Relikte mir. Ihr braucht nur die Schlüssel zu finden, die irgendwo im Lager versteckt sind. Dann verschließt ihr die Kästen. Okay. Ich weiß euer Selbstvertrauen zu schätzen. Eine letzte Sache noch. In diesen Beschwörungskästen hausen Geister. Ich kann nicht vorhersagen, was geschehen wird, wenn ihr sie schließt, aber es muss getan werden. Danach könnt ihr mich draußen treffen. Dort, wo Tabaka lagert. Viel Glück, mein Freund. Okay. So. Jetzt will ich aber... ...das da machen. So. Und wo... ...ist... Ah ja. Können wir das hin? Wir haben ja alles. Nein, wir sind auch... ...bevor der Daedra beschworen werden kann. Okay. Okay. ... ... ... Wie geht das denn? Wie geht das denn? Auf den kriegen wir hin. Das war gut. Ja, den hatten wir noch nicht. Darum ging es mir eigentlich. So, dann gehen wir noch mal. Ja, ich würde sagen, auch das macht es gleich mal besser. Ja, das können wir überlassen. Ja, 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 ja. Gut. So, dann gehen wir noch mal hoch. Das hat gut geklappt, fand ich. Für einen Weltboss, von dem ich vorher nicht einen einzigen ohne weiteres alleine machen konnte. Frage ist jetzt nur, Frage, wie kommen wir wieder da hoch? Wie kommen wir zurück zur Quest? Ich habe eine Vermutung. So nicht. Außenrum? Ach, guck mal da. Das ist wahr. Na, na. Na. That's not it. Das geht auch ganz gut. Das ist meine, ja. Okay. Ich muss mich an die gewöhnen. Äh, 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 äh. So. Ach da. Gut, okay, danke. Nummer eins. Ja. Oh, Entschuldigung. Denn es hilft. Ich habe auch Angst. Ne, ich nicht. Ich will dich an dir stellen. Krankbereit. Hat der so lange gehalten? Wow. So. Oh, das mögen sie wieder alle? Sag was. Zwar haben sie zu... Das ist doch dann irgendwie falsch, oder? Egal. Hier ist ja einiges los, ne? Ich denke, mit mir kann man eigentlich gut auskommen. Ja. Ich finde die relativ witzig, ehrlich gesagt. Weil ja, der... der Halix ist halt so ehrenhaft. Uh, paladinisch. Lass mich überlegen. Wir müssen da hoch. Also die Wegfindung hier für diese Quest ist echt mies. Aber hat er gesagt, in den Türmen. Ich glaube, das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Das sieht super aus. So, da ist ein Geist drin. Einfache Truhe. Wer es findet, behält es. Nicht wahr? Das mag sie auch. Gut. Ähm. Ist das Gumpi jetzt da? Das ist Gumpi. Da ist wohl ein Kampf. Die finde ich gut. Was ist das? Das ist nur Wasser, okay. Sag mal. Vielleicht hätte ich den Kriegsweppenträgern beitreten sollen. Nee, du bleibst jetzt bei mir. Sag mal. So. Oh, ich habe zum Beispiel das gar nicht gesehen. Ich habe den Kleinen nicht mehr dabei. Der macht den jetzt weg. Jawoll. Und die mache ich da wieder. Und die auch. Oh, das kann die aber auch gut. Yeah. Gefällt mir gut. Gut. Mhm. Die Welt der Lebenden hat gesündigt. Die Energie dieser Relikte wurde für die Dunkelheit verwendet. Das Portal ist geschlossen. Aber etwas ist hindurch gekommen. Super. Es muss zerstört werden. Was ist aufgetaucht? Eine verfluchte Kreatur aus einem anderen Reich. Ein Dädra. Er muss vernichtet werden. Ein Zauber verbirgt seine üble Gestalt. Ganz im Ernst. Was ist das? Die Schriftrolle der klaren Sicht wird ihn enttarnen. Folgt dem Klang fallenden Wassers und verwendet die Schriftrolle, um ihn zu finden. Und wer seid ihr? Ja. Eine sterblichen Überreste wurden schon vor Jahrhunderten mit denen unzählige andere in einen Kasten gegeben. Dieser Kasten wurde wieder seinen eigentlichen Zweck zum Einsatz gebracht. Mein Geist wurde hierher gebracht, um dafür zu sorgen, dass dieses Unrecht gesünd wird. Was damit beschworen wurde, muss vernichtet werden. So. Okay. Dann. Oh, da ist. Guck mal, ob es wirklich stimmt, die Anleitung. Nachdem wir... Oh, ich hab den kleinen vergessen. So. Oh. Machen wir auf. Nachdem. Und ich hab den kleinen vergessen. So. Und nochmal. Bist du schick, Portal? Bringt das Wasser nicht? Wie gesagt, nix. Bringt also nichts, ne? Na ja, gut. Ist die Anleitung nicht so hundertprozentig? Upsi. Ja. 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 Das ist wahrscheinlich nicht der beplante Weg... Aber... Nein. Ja. Ja, wo ist er denn? Ah, da. Oh. Ich hatte keine Angst. Hattet ihr Angst? Nein. Ganz ehrlich, nein. Hattet ihr Angst? Habe ich jetzt eigentlich meine Sachen alles schon jetzt aufgelabelt oder nicht? Ich weiß es nicht. Davon wir gar nicht hin. Wo wollen wir denn hin? Komm, wir machen das mal ein bisschen schneller. Ich bin im Kampf. Achso, ich wusste nicht, dass ich im Kampf bin. Ja, überirdische Arme. Nein. Wie will ich denn? Oh Gott. Wo will ich denn hin? Das ist alles falsch. Alles furchtbar verkehrt. Ich kann Wegfindung nicht. Wir müssen... Ja, das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist auch gut. Ja. On the way. Ja, wo ist er? Kommen da welche zu uns? Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut.